Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Mars Effect Andromeda, das Let's Play. Und wir befinden uns wieder auf der Nexus und werden uns jetzt so mit ein bisschen, mit ein paar Wissenschaftler unterhalten. Na, kann ich mit dir reden? Oder bist du am Arbeiten? Mit dir sollte ich doch reden, ey Junge. Hallo? Ah, jetzt. Jetzt bist du fertig. Ah, Pathfinder! Die Daten, die sie gesammelt haben, sind fabelhaft. Sie und ihr Sam natürlich. Danke, Mr. ... Professor Heerick. Meine Kollegen und ich arbeiten mit Sam zusammen, um aus ihren Scans Erkenntnisse zu gewinnen, die der Initiative hoffentlich zugutekommen. Was sind Ihre Fachgebiete? Heerick ist Biowissenschaftler. Ich befasse mich mit Astrogeologie und Ozeanografie, Felsen und Strömungen. Ariderna ist unser Weltraum- und Mathematikgenie. Die großartigen Daten, die sie uns geschickt haben, sind ein echter Segen für uns. Addison hat uns endlich einen vernünftigen Arbeitsplatz zugestanden. Machen Sie weiter so, Champ. Okay. Mit Dr. Adriana wollte ich doch sowieso noch reden, oder? Lauf doch nicht weg! Hallo? Ich möchte mit dir reden. Hallo? Hm. Nee? Okay. Hm. Gut. Dann muss ich jetzt noch mit Candress reden, dann habe ich diese Quest auch abgehakt. Ähm, wo muss ich denn lang? Okay, jetzt stehe ich hier wieder im Docking-Bereich. Ah. Macht immer wieder Spaß hier. Durch die Gegend zu irren und nix... Upsa. Shapiro. Nein, die Quest hole ich jetzt nicht auch noch. Ich habe so viele momentan. Ich werde wahrscheinlich nie fertig werden. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ah. Nee, das war jetzt wieder total die falsche Ecke. Och, Mann. Das ist doch echt übel. Ich. Ich und mein Orientierungssinn. Hm. Jetzt könnte ich den Jetpack brauchen, um einfach mal so ein, zwei Ebenen runterzuspringen oder so. Das wäre sehr hilfreich. Aber es ist schon ein bisschen voller geworden als das letzte Mal. Oder irre ich mich hier? Warte mal, da ist noch eine Treppe, die ich runtergehe. Ich glaube, die werde ich gleich mal nehmen hier. Ja, sorry. Ähm, verirrter Pathfinder. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir so leid. So, jetzt aber. Huch. Ah, okay. Ich muss jetzt hier hin. Komm, man, nur Zentrale. Weng. Der menschliche Pathfinder ist tot. Alec Ryder kam ums Leben, nachdem er auf Habitat 7 im Ericsson-System gelandet war. Berichten zufolge hat seine Tochter als neuer Pathfinder das Kommando über Tempest übernommen, um die Suche nach einem Zuhause in Andromeda fortzusetzen. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Na, sagt bloß. Das ist jetzt mal richtig neu hier. Wir haben die Bestätigung, dass unser erster Außenkopf und um uns, die uns errichtet hat. Das ist die Konsole für unsere Einsatzteams. Worum handelt es sich dabei? Angriffs- und Exfiltrationstrupps. Und wenn wir die Besten brauchen, habe ich noch Apex. Kampfexperten, die sich verpflichtet haben, uns zu verteidigen. Da sie den Cluster quasi aus der ersten Reihe erleben, kann ich sie dazu autorisieren, die Teams einzusetzen. Für welche Situation sind sie geeignet? Sie können zivile Außenposten schützen, zentrale Stellungen halten oder einfach nur die Kette ablenken. Autorisierung erteilt. Viel Glück da draußen. Cool. Aber ich muss mit ihm ja noch ein bisschen reden. Ich kenne diesen Gesichtsausdruck. Die anderen haben sie vollgequatscht, stimmt's? So ähnlich. Daran gewöhnt man sich. Konzentrieren Sie sich einfach auf Ihren Job als Pathfinder. Gegen Resultate kann man nicht argumentieren. Auch wenn Sie es versuchen werden. Wie auch immer. Willkommen im Hauptquartier der Miliz. Verzeihen Sie das Chaos. Dieses Büro ist für die Arbeit der Miliz, die Sicherheit der Nexus und die Suche nach der thurianischen Arche zuständig. Gibt's was Neues von der thurianischen Arche? Nur vereinzelte Daten. Einige weisen darauf hin, dass die Nathanus zerstört wurde. Andere, dass die Leute noch leben. Wer weiß. Wenn Sie irgendwas brauchen, kommen Sie zu mir. Auch wenn Sie nur Dampf ablassen wollen. Warum sind Sie nach Andromeda gekommen? Ich hatte es satt, immer der Gute zu sein. Der Gute? Die Familie Kandros hat eine lange Militärtradition. Da gibt es Erwartungen. Sie wissen schon. Dann wurde meine Schwester Bildhauerin und meine Cousine Nairine Piratin auf Omega. Alle waren stolz darauf, dass ich beim Militär blieb. Aber ich fragte mich, und wann kommt mein Abenteuer? Jeanne Garsons Traum war großartig und mutig. Ich musste einfach ein Teil davon werden. Sie reden, als würden Sie nicht zur Führungsriege gehören. Weshalb kommandieren Sie dann die Miliz? Ich habe ein Schürfteam auf einem Mond begleitet, als diese Cat uns gefunden haben. Sie haben uns eingepfercht wie Vieh und wollten Experimente durchführen. Ich konnte mich losmachen, hab mir eine Waffe gegriffen und die anderen befreit. Als wir die Dreckskerle getötet hatten und zurückkehrten, um die Nexus zu warnen, haben mich alle behandelt, als hätte ich das sagen. Das kommt mir bekannt vor. Daraus entwickelte sich dann die Miliz. Schon komisch. Sobald es kritisch wird, steigen alle möglichen Leute an die Spitze auf. Tja, so ist das nun mal, wenn man Abenteuer erlebt und natürlich Schwierigkeiten vor sich hat. Okay. Wie geht es den anderen Thorianern? Geht so. Wir sitzen in einer Krise nur sehr ungern rum. In der Ausbildung heißt es immer, Dienst geht vor Ego. Wahrscheinlich sind deshalb so viele von uns bei der Miliz. Wir wollen uns den Status als Bürger verdienen. Egal in welcher Galaxie wir gerade sind. Aber es fällt uns schwer, konzentriert zu arbeiten, solange unsere Arche vermisst wird. Es ist hart da draußen. Ich brauche vielleicht Verstärkung, falls Sie Leute erübrigen können. Ich habe Einsatzteams, die auf Angriff und Exfiltration spezialisiert sind. Wenn Sie Feuerkraft brauchen, sind meine Apex-Teams genau das Richtige. Aber das wissen Sie ja bereits. Stimmt? Was wissen Sie über die Feinde, auf die wir gestoßen sind? Die Cat. Wir treffen üblicherweise auf Welten mit diesen fremdartigen Gebäuden auf Sie. Die Cat mögen es nicht, wenn man sie studiert. Den Grund dafür kennen wir nicht genau. Sie reden nicht mit uns. Immer wenn Sie uns begegnen, kommt es zum Kampf. Oder Sie nehmen Gefangene. Warum? Was wollen Sie? Das weiß keiner. Aber ich habe Ihre Waffen gesehen. Und was Sie mit diesen Gefangenen machen. Ich will Sie möglichst weit von der Nexus entfernt haben. Bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Meine auch, Pathfinder. Okay. Also ich würde mal sagen, diese Quest habe ich beendet. Mit der unruhigten Thorianerin. Ist das die hier? Mein Mann. Er wurde eingesperrt und soll verbannt werden. Für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Okay. Das klingt ja nicht gut. Was genau legt man ihm zur Last? Nun ja, für einen einfachen Diebstahl wird man nicht verbannt. Obwohl, von diesem Haufen vielleicht schon. Sie behaupten, er habe jemanden ermordet. Sie bezeichnen ihn als den ersten Mörder in Andromeda. Aber das Opfer war sein Freund. Er hätte ihn nie. Es gibt angeblich Zeugen und Beweise. Aber das sind alles nur Indizien. Im schlimmsten Fall war es ein Unfall. Sein Name ist Nelken Rancis. Wenn Sie bereit wären, mit ihm zu sprechen, könnte er Ihnen die Einzelheiten erzählen. Würden Sie das tun, bitte? Naja, ich bin ja ein netter Pathfinder und das klingt irgendwie ziemlich... Naja, dubios. Mal gucken, was sich damit auf sich hat. Selbstverständlich. Oh, vielen Dank. Ich bin mir sicher, der Gefängniswärter wird Ihnen einen Besuch gestatten. Bitte. Sagen Sie Nelken, dass ich ihn liebe. Wow. Das ist ja mal richtig heftig. Okay. Eine verschlüsselte Geheimdienstnachricht. Untersuchen Sie sämtliche Universalwerkzeuge auf feindliche Viren. So, jetzt gucke ich mal, ob ich diese Assistentin finde. Die muss ja hier auch irgendwo sein. Bist du das? Nee. Brecker? Edison? Hm. Aber ich gucke mal eben nach dieser Quest. Weil da wollte ja jemand, dass wir mit dieser Dame sprechen. Na, nicht die... Ach, Schockwarnung. Nexus. Die Feuerwehr? Nee. Nee. Hm, zusätzliche Aufgaben. Okay, das war hier irgendwo. Relikkerne? Hier. Ach, Assistent. Okay, ist das ein Kerl? Dann ist wohl der eine Typ hier oben der Assistent. Ja. Hatte ich mir ja schon fast gedacht. Hallo, Wladimir. Bitte besprechen Sie etwaige Bedenken zunächst mit Direktor Addison. Das Protokoll muss befolgt werden. Was? Du bist aber ein Affidjunge. Sie haben für frischen Wind gesorgt, Pathfinder. Meine Abteilung hat jetzt tatsächlich koloniale Angelegenheiten zu verwalten. Und Sie haben neue Werkzeuge, um das Wachstum der Initiative zu unterstützen. ALP, bereit zum Ausgehen. Sam hat schon gesagt, es gäbe eine neue Funktionalität, die wir besprechen müssen. Die Initiative soll dadurch den Pathfinder unterstützen. Sie und Ihr Team sorgen da draußen dafür, dass Andromeda lebensfähig wird. Das stärkt uns alle. Wenn Sie eine Schwelle überschreiten, kann eine neue Kryo-Gruppe rausgeholt werden. Sie wollen mehr Forschung? Wie in Prodromos? Ihre Entscheidung. Brecker zeigt Ihnen das Interface und kümmert sich um die Details. Sie müssen lediglich entscheiden, was Leben in Andromeda bedeuten soll. Ohne Druck. Ja, total ohne Druck. Also es hängt alles von meiner Entscheidung ab. Ich weiß nicht, dieses System finde ich doch so ein bisschen... Naja, ich meine, stellt euch einfach mal vor, dass dieser Pathfinder aus irgendeinem Grund durchdreht und dann komplett falsche Entscheidungen trifft. Das kann doch nicht funktionieren. Ach, egal. Hallo Pathfinder. Ich bin Kryo-Betriebsverwalter Wladimir Brecker, C-6-3 Galati. Ihre vordringliche Aufgabe besteht darin, unwiderruflich über den Verlauf jedes Lebens in der Initiative zu bestimmen. Aha. Sie scherzen. Ja, natürlich. Aber jetzt haben Sie Respekt vor dem, was wir hier tun. Die Andromeda-Lebensfähigkeit und die Nexus-Grenzwerte sind Ihre Werkzeuge, Ihre Belohnung und unsere Zukunft. Wie kann ich Ihnen helfen? Hm. Wie läuft das mit den ALP? Ein Großteil der Vorbereitungen in der Milchstraße konzentrierte sich darauf, herauszufinden, wie man Erfolg misst. Bei den Grenzwerten geht es um Kapazität, aber hier geht es um Kosten. Wie viel Unterstützung wir uns tatsächlich leisten können. Punkte sind dabei nicht das eleganteste System, aber eins wird dadurch ganz klar. Je mehr Sie davon erringen, desto mehr können wir einsetzen. Wie messen Sie Grenzwerte? Sie basieren auf Ressourcenschätzungen und der allgemeinen Stabilität, eine Metrik für akzeptablen Handlungsspielraum und vertretbares Risiko. Je mehr Sie erreichen, desto größer unsere Unterbringungskapazität und desto mehr kann die Initiative für Sie tun. Oder ganz simpel, je mehr Sie tun, desto mehr Raum haben wir zum Wachsen. Okay. Okay. Okay, Brecker. Womit fange ich an? Das Interface ist aktiv und reagiert nur auf einen Pathfinder. Es ist bereit für Ihre erste Auswahl. Sie können beginnen, die Initiative nach Ihren Wünschen zu formen. Ja, wir haben da ja noch eine. Wir erwarten Ihre erste Verwendung von ALP Pathfinder. Greifen Sie dazu einfach auf das Interface zu. Aber ich hab dich... Ich wollte dich doch noch eben was fragen. Mann. Egal. Okay, dann ALP Statuskontrolle. Das heißt, wir dürfen jetzt gleich darüber entscheiden, wer aufgeweckt wird. Mensch. Das finde ich echt spannend. Huch. Okay. Wissenschaftspots. Diese aufgrund ihrer jahrelangen Felderfahrung und Findigkeit in Drucksituationen ausgewählten Wissenschaftler können die Forschungs- und Rohstoffe und die Rohstoffgewinnungskapazitäten der Initiative rasch verbessern. Okay. Verteidigungspots. Armeeveteranen aus allen Teilen der Milchstraße engagieren sich mit ihrer Kampfausbildung und ihrer Überlebensfähigkeit in der Wildnis von Andromeda. Handelspots. Der Handel ist das Rückgrat jeder Zivilisation. Diese talentierten Händler und Unternehmer nutzen ihre Kontakte zur Beschaffung seltener Objekte für finanzielle Investitionen oder zur Verbesserung der Inventarverwaltung. Bäh. Scheiße. Wissenschaft, Verteidigung oder Handel. Also ich glaube, momentan brauchen wir Rohstoffe. Ganz viele. Deswegen werde ich die hier nehmen. Huch. Hoppa. Okay. Ich kann mir hier noch aussuchen, was ich... Ah, wie cool. Okay. Also entweder suche ich mir Labortechniker aus, die den Wissenschaftlern helfen, die Daten über Helios effizienter zu analysieren oder ich nehme Minenanlagen und die Nexus gibt Ressourcen zur Errichtung von Bergbaustationen in Helios frei. Das ist doch cool. Das nehmen wir. Ich glaube, Ressourcen können wir im Augenblick wirklich gut brauchen. Okay. Cool. Eine Belohnung zum Einsammeln. Cool. Mineralienlieferung. Und in 45 Minuten kann ich dann die nächste Sammlung ein... abholen. Oh, das ist ja cool. Sehr cool. Ich habe Kupfer, Magnesium und Cadmium gekriegt und EP. So, aber jetzt muss ich doch nochmal mit dir reden, Kumpel. Huch. Ich muss dich mal anehen. Pathfinder. Der ALP-Aufstieg wird gemäß ihren Anweisungen fortgesetzt. Und natürlich bleibt das Interface für etwaige künftige Anpassungen zugänglich. Protokolle und Prozesse sind was Feines. Jetzt leben wir. Okay. Ich möchte doch gerne jemanden aufwecken. Ich möchte eine bestimmte Person aus dem Kälteschlaf holen. Name und Kennzeichnung falls verfügbar. Das ist alles? Sie machen's einfach? In meiner Stellenbeschreibung steht nichts von Diskussionen mit dem Pathfinder. Aber natürlich zeichne ich sämtliche Interaktionen auf. Falls etwas, das Sie verlangen zu Problemen führt, ist damit eindeutig, dass Sie verantwortlich sind. Oh, Arschloch. Okay. Die Sache bleibt unter uns. Hier sind die Infos. Einsatz erfolgt in Kürze. Sonst noch etwas Pathfinder? Wieso sind Sie bei der Initiative? Ich war Lehrer. Ein gutes Leben. Ich habe bis zum Schluss die Vor- und Nachteile gesehen. Sie haben Sie abgewogen und gesagt, auf nach Andromeda. Nein. Es gefiel mir nur nicht, dass ich das Ende sehen konnte. Hier habe ich keine Ahnung, was morgen sein wird. Das gibt mir eher das Gefühl, dass ich lebe. Huch. Okay. Nach Prodromos zurückkehren ist dann das Nächste, was ich hier machen müsste, um diese Quest weiter zu verfolgen. Aber das mache ich jetzt nicht, weil wir haben ja noch eine Menge andere Krempel. So. Reliktkerne, Benennung der Toten. Ach ja, ich muss ja noch eine Menge Leute finden mit Carry-Treffen. Die anderen Stationen der Forschung, äh, Forscherin finden? Nee. Wir haben auf der Nexus noch ein bisschen Zeug zu tun. Okay, Familiengeheimnisse der Riders war auch jetzt nichts. Erstschlag, besserer Anfang. Äh, ah ja, mit dem sollte ich vielleicht mal reden, mit dem guten Ten. Immerhin dürfte das dann zum nächsten, ähm, Schritt in dieser Hauptquest führen. Und dann werden wir uns vielleicht auch mal diesem Mörder widmen. Oder vermeintlichen Mörder, wir wissen ja nicht, was mit ihm los ist. So. Da ist er. Hallo? Schön, Sie zu sehen. Hallo, Direktor Tan erwartet Sie. Letztes Mal war das hier noch eine Abstellkammer. Ohne Pathfinder brauchten wir auch keine Pathfinder-Halle. Wir arbeiten noch am öffentlichen Bereich. Die Hydrokulturen sind teilweise fertig. Das genügt nicht. Wir sind zu wenige. Meine Leute brauchen eine Pause, Tan. Verstehe, aber erst muss unser Überleben sichergestellt sein. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich treffe mich mit unserem Pathfinder. Ah, Ryder. Addison hat mir von dem Außenposten erzählt. Sie sind die Heldin des Tages. Es ist zu früh zum Feiern. Noch haben wir keine Heimat gefunden. Nicht so bescheiden. Sie haben sämtliche Zweifler eines Besseren belehrt. Und Sie sind mein bester Freund? Eher ein Förderer, der Ihren Traum einer strahlenden Zukunft teilt. Mhm. Ja, ich schätze, da sind wir uns einig. Ich wusste, Sie brauchten nur eine Chance, um sich zu beweisen. Die Entschlüsselung des Gewölbes, Alien-Terraforming, das alles hatten wir nicht erwartet, aber ein guter Pathfinder improvisiert. Und ein Brillanter zeigt seine Erfolge. Hm. Ihre Trophäen sind die ersten in der Pathfinder-Halle. Sie sind jetzt ein Sinnbild, Ryder. Etwas, woran die Leute glauben. Oh, scheiße. Ohne meine Crew hätte ich das nie geschafft. Sie ist unglaublich fähig. Aber Sie führen sie an. Vorsicht, Ryder. Am Ende adoptiert er sie noch. Ah, meine Mitarbeiter. Kollegen. Sie wollen uns doch nicht etwa entmachten, oder, Tan? Vergessen Sie nicht. Ich bin Direktor der Initiative. Nur kommissarisch. Wir können uns kein Kompetenzgerangel leisten. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Wir sollten zusammenarbeiten. Dasselbe sage ich schon, seit wir hier sind. Dann hoffe ich, ich kann den Pathfinder von mir überzeugen. Ich habe Bedenken wegen Eos Ryder. Ein Außenposten voller Wissenschaftler wird uns bei einem Ketteangriff nicht viel nützen. Nein, aber mehr Forschung könnte auch mehr Lebensmittel für die Nexus bedeuten. Wir könnten darüber wie immer den ganzen Tag debattieren. Aber die Entscheidung ist gefallen. Wie wollen Sie weiter vorgehen, Ryder? Wir haben eine Spur zu dem Terraforming-Netzwerk. Ich muss mit der Tempest tiefer in den Sektor vordringen, um dem nachzugehen. Während die anderen goldenen Welten, wo sie sein sollten, könnten wir ihnen so näher kommen. Vorsicht! Die Cat durchsuchen den Cluster nach Relikt-Technologie. Rechnen Sie also mit Kämpfen. Und dann sind da noch die Exzellenten. Sie sind nicht gut auf die Nexus zu sprechen. Trotzdem brauchen wir weitere Außenposten. Sie sind entscheidend für den Ausbau der Station. Hm. Ryder könnte da draußen nach den anderen Archen suchen. Ja, der Plan ist gut. Sie haben meine Erlaubnis. Danke, Direktor. Ich erledige das. Seien Sie das Licht, das den Pfad erhellt. Pathfinder. Ich bin ja nur höflich. Ryder, hier ist Harry. Ich bin wieder auf der Arche. Was gibt's? Wir haben vielleicht eine Möglichkeit gefunden, mit Ihrem Bruder zu sprechen. Kommen Sie auf die Krankenstation der Hyperion, wenn Sie Zeit haben. Oh, cool. Mach ich. Zur Erinnerung. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung. Oh, stimmt ja. Ich muss mit Addisons Assistenten über die Steigerung der Lebensfähigkeit reden. Das könnte definitiv hilfreich sein. An das Apex-Personal. Bitte verprüf. Wichtige europäische Interplanetarmissionen. Gespendet an den Rat für historische Aufzeichnung der Andromeda-Initiative. Das ist ja witzig. Okay. Ach, hier sind so, hier sind lauter interessante und natürlich sagen wir nicht komplett unfiktionale Termine. Naja, Jahreszahlen von verschiedenen Raummissionen. Und natürlich 2018 Bepi-Colombo erste ESA-Mission zum Merkur. 2022 Jus erste ESA-Mission zum Jupiter-System. Das ist natürlich total fiktional, aber die ganzen anderen Sachen sind relativ nah an der Realität dran. Sie hatten ein Jahr Zeit, darüber nachzudenken. Wir reden hier von der Geißel, Direktor Tan. Ihr Ursprung lässt sich durch nichts erklären, was wir kennen. Ach Gott. Er ist ja schon wieder am sich wichtig machen. Das kann der echt gut. So, ich muss jetzt eben noch ein paar ALP ausgeben. Unsere Lebensfähigkeit erhöhen. Der ist ja hier auch gleich um die Ecke, der gute Kumpel. Hallo. Muss ich mit dir reden? Ja. Pathfinder? Na, Status. Wie ist Ihrer Ansicht nach der Status der Initiative? Bitte befragen Sie dazu das ALP-Interface. Es verfügt über eine detaillierte Auflistung Ihrer Fortschritte. Und Ihre persönliche Meinung? Ihr Fortschritt ist aufregend. Ich fordere Sie dazu heraus, meinen Job überflüssig zu machen, Pathfinder. Okay. Na gut. Bis zum nächsten Mal. Pathfinder? Dann geben wir hier mal noch ein paar ALP aus, wenn ich noch welche habe. So, einen habe ich noch. Wie cool. Okay. Ich glaube, ich werde mal so ein bisschen Verteidigung irgendwie machen. Aufklärung ist cool. Oh, das ist cool. Enthüllt versteckte Lager rund um eingerichtete Aufklärungsposten. Okay. Apex-Taktik? Erhalten Sie 15% mehr Credits für Apex-Missionen. Okay. Spezialeinheiten? Erhalten Sie regelmäßig Dächmaterialien. Hm. Ah, erhalten Sie regelmäßig organische und Verbrauchsobjekte. Okay. Dann gucke ich noch mal eben bei den Händlern. Hm. Finanzielle Infrastruktur. Verdienen Sie durch Investitionen in regelmäßigen Abständen Credits? Okay. Handelskapazität? Erhöhung der Inventarkapazitäten. Und das ist auch nicht schlecht. Hm. Bessere Preise beim Kaufen und Verkaufen von Objekten. Aber ich glaube, ich nehme erst mal das hier. Das finde ich nämlich witzig. Aufklärung. Aber der hat mir doch gerade gesagt, ich habe noch ALP. Was soll denn der Scheiß? Warte mal. Kategorien wählen. Hm. Null. Okay. Gut, dann haben die sich da getäuscht und ich habe mich zu früh gefreut. Mach mal nur. Ich hätte gerne noch ein paar Leute aufgeweckt, aber gut, das muss dann halt bis zum nächsten Mal oder genauer gesagt bis zur nächsten erfolgreich absolvierten Mission warten. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal wieder richtig was erreicht. Finde ich echt cool. Und ich finde es auch sehr cool, wie sich langsam diese Station ein bisschen entwickelt und man mehr Dinge online und aktiv sieht. Tja, ich würde mal sagen, beim nächsten Mal machen wir weiter. Wir haben ja noch ein paar Quests und da werde ich mich dann mal um diesen Mörderquest kümmern, um mal zu schauen, was es damit auf sich hat. Bis dann, macht's gut. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis denn. Tschöööö.